Rache ist süß, so munkelt man zumindest. Nachdem ein Bauer die Lieferanten und Kunden eines nahegelegenen Marktes monatelang vergeblich gebeten hatte, ihre Autos nicht mehr auf seinem Land zu parken, beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Ignoranten guckten dumm aus der Wäsche. Auch du wirst dich köstlich amüsieren. Abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, wenn du weitere interessante Geschichten hören möchtest. Behindertenparkplatz blockiert Einen Parkplatz zu finden, scheint heutzutage ein universelles Problem zu sein. Neben dem Landwirt gibt es noch mehr Menschen, die unter den vielen Autos leiden. Denn die Parkfähigkeiten mancher Autofahrer sind einfach grauenvoll. Eine Gruppe junger Leute aus Brasilien wollte etwas dagegen unternehmen. Mal wieder hatte sich jemand ohne Berechtigung auf den Behindertenparkplatz gestellt. Diese sture Ignoranz konnten sie nicht länger tolerieren. Es war an der Zeit für eine humorvolle Lektion. Und diese urkomischen Bilder sind das Ergebnis. Stell dir vor, es wäre dein Auto. Du kommst nach einer Stunde wieder und findest es so vor. Ich glaube, in diesem Moment wäre dir nicht zu lachen zumute gewesen. Sag uns deine Meinung in den Kommentaren. Die Witzbolde kostete es einige Mühen. Aber ihre Botschaft ist klar. Dieses Auto hat hier nichts zu suchen. Sie bedeckten das gesamte Auto mit blau-weißen Post-its und bildeten das Symbol des Behindertenparkplatzes. Das Video wurde schnell zu einem großen Hit im Internet. Und der Titel war eine klare Botschaft an alle Menschen, die das Schild ebenfalls ignorieren. Das passiert, wenn man auf einem Behindertenparkplatz in Brasilien parkt. In dem Video sieht man, wie viele Passanten sich über die Aktion freuen. Dann kommt der Autobesitzer und versucht wütend, alle Post-its von seinem Fahrzeug zu entfernen, während ein Polizist amüsiert zusieht. Dies impliziert, dass der Streich von einem Unbeteiligten initiiert wurde, der sich die kreative Bestrafung spontan ausgedacht hatte. Doch nach Recherchen stellte sich heraus, dass der Clip tatsächlich vom brasilianischen YouTube-Comedy-Kanal Canal Boom stammte. Die Originalversion beginnt mit einer kurzen Vorstellung der Witzbolde und zeigt, wie mindestens fünf Personen dabei halfen, das Fahrzeug vollzukleben. Aber egal, ob alles inszeniert war oder nicht, es bleibt komisch. Die Papierverschwendung war es wert. Tausende Post-its auf deinem Auto wegen fehlerhaftem Parken sind ärgerlich. Aber eine Geldstrafe? Da werden manche Leute richtig wütend. Als dieser Fahrer in Manchester, England, mit einem Bußgeld belegt wurde, war er alles andere als glücklich und das wollte er auch deutlich machen. Ihm wurden etwa 75 Euro aufgedrückt, weil er sein Auto auf dem Bürgersteig geparkt hatte. Dies machte den Mann offenbar so wütend, dass er total die Fassung verlor und richtig ausflippte. In einem Wutanfall setzte er sich an Steuer und drückte aufs Gas. Eigentlich können Worte das Ergebnis kaum beschreiben. Der Mann fuhr direkt auf das Auto des Parkwächters und rammte es absichtlich immer wieder. Mehrere Augenzeugen zückten sofort ihre Smartphones und begannen den Vorfall zu filmen. Dabei ist zu sehen, wie der Fahrer völlig außer sich das Auto des Parkwächters mutwillig zerstört. Und dieser hatte keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen. Er muss schreckliche Angst gehabt haben. Was würdest du in einer solchen Situation tun? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Lautes Brüllen, der Versuch wegzufahren und die Hoffnung, dass der Mann sich beruhigt, schienen die einzigen Optionen zu sein. Trotz der vielen Attacken blieb der andere Mann glücklicherweise unverletzt. Und der aggressive Typ? Nun, der hat sich hoffentlich einen Therapeuten gesucht und endlich mal an seinem Aggressionsproblem gearbeitet. Eine Geldstrafe ist nicht schön, aber so auszurasten, das hat ihm natürlich noch mehr Ärger beschert. Hast du je ein Ticket erhalten? Wie hast du reagiert? Pavao Bedekovic Nun zur Geschichte des Bauern, der die Nase von den Autos auf seinem Land voll hatte und beschloss, selbst eine Lösung zu finden. Pavao Bedekovic war ein kroatischer Landwirt, der ein Stück Land besaß. Es befand sich aber in der Nähe des Dorfzentrums. Die Gemeinschaft war sehr klein und hatte etwa 2000 Einwohner. Aber genau wie alle anderen Dörfer auf der Welt, wurde auch die Heimat von Pavao immer moderner. Und eines Tages beschlossen die Dorfbewohner, einen wöchentlichen Markt zu veranstalten. Jeden Sonntag konnten die Menschen kommen, um alle möglichen Dinge zu kaufen. Am Anfang gefiel Pavao diese Idee. Der Markt sollte nicht weit weg von seinem Grundstück stattfinden und das bedeutete, dass er von nun an nicht mehr weit laufen musste, um seine wöchentlichen Einkäufe zu erledigen. Hätte er jedoch gewusst, was später passieren würde, hätte er sicher schon früher protestiert. Selbst wenn das Dorf immer moderner wurde, gab es ein Problem, das nicht berücksichtigt wurde. Es fehlte an Parkplätzen. Wer also mit dem Auto zum Markt fuhr, musste es in einer nahegelegenen Straße parken. Je populärer der Markt jedoch wurde, desto schwieriger war es, einen freien Platz zu finden. In Folge dessen wurden die Besucher kreativ und nahmen, was sie kriegen konnten, ohne zu ahnen, dass sie jemand anderen damit extrem störten. Nach einigen Wochen kamen immer mehr Leute und parkten ihre Autos einfach auf Pavaos Feld. Das war für ihn anfangs kein Problem. Es waren ja schließlich nicht viele. Er schränkte seine Arbeit nicht ein und nach wenigen Stunden waren sie wieder abgereist. Aber du ahnst schon, dass die Anzahl der Autos von Woche zu Woche stieg. Inzwischen parkten sie nicht mehr am Rand, sondern mitten auf seinem Land. An Samstagen und Sonntagen war es die Hölle. So konnte es nicht weitergehen. Pavao blieb nichts anderes übrig, als die Menschen freundlich darauf hinzuweisen, dass sein Feld kein Parkplatz war. Bitte parken Sie woanders. Diejenigen, die er ansprach, hielten sich an die Bitte und fuhren weg. Aber sobald Pavao eine Zeit lang nicht da stand, kamen neue Fahrzeuge dazu. Der Bauer musste sein Feld bestellen und war den ganzen Tag lang nur damit beschäftigt, die Leute vom Parken abzuhalten. Erfolglos. Pavao versuchte alles Mögliche. Er platzierte zum Beispiel Schilder, aber es half nichts und er war der Verzweiflung nahe. Er wollte am liebsten die Reifen zerstechen und die Autos zerkratzen. Aber das hätte ihm nur noch mehr Ärger eingebracht. Ein Zaun war eine mögliche Lösung, doch dies war sehr teuer und außerdem hätte dieser sein eigenes Fahrzeug behindert. Er durchdachte alle Optionen, bis dahin diente sein Feld weiterhin als Parkplatz. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Dorfbewohnern eine Lektion zu erteilen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Nachdem sein Land zum x-ten Mal von dutzenden Autos zugeparkt worden war, wusste Pavao, dass er härtere Mittel brauchte. Er atmete tief durch und dachte an all das Chaos, das er in wenigen Minuten verursachen würde. Er konnte nicht einschätzen, wie die Leute reagieren würden, aber er war sich sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Er lief zielstrebig zu seinem großen roten Traktor und schaltete den Motor ein. Er fuhr direkt zu den geparkten Autos. Im ersten Moment hätte man denken können, dass er sie plattfahren wollte, doch er hatte ganz andere Pläne. Er wollte später am Tag Mais pflanzen und nun war es an der Zeit, das Feld dafür zu pflügen. Also tat er es. Ganz egal, dass dort noch Autos standen. Viele Dorfbewohner staunten. Sie sahen ihm zu und spekulierten über seine Absichten. Machte er einfach nur seine Arbeit oder stand etwas anderes dahinter? Was glaubst du? Schreib deine Vermutung in die Kommentare, bevor du dir den Rest des Videos ansiehst. Pavau kümmerte sich nicht darum, was andere Leute dachten. Er pflügte in aller Ruhe weiter. Bald wurde jedoch klar, was er erreichen wollte. Er wollte endlich sein Feld bestellen, gleichzeitig aber auch die Falschparker ärgern. Und je mehr er pflügte, desto schwieriger wurde es, die Autos wegzubewegen. Was für ein gerissener Mann! Die Besitzer wurden sehr wütend. Doch die Zuschauer, die ihr Auto nicht auf dem Feld geparkt hatten, begannen laut zu lachen. Eine Frau war alles andere als amüsiert. Ihr grauer Peugeot steckte völlig fest und sie konnte nirgendwo hinfahren. Sie war stinksauer und versuchte erfolglos wegzukommen, doch die Reifen drehten durch. Sie gab Gummi und versank nur noch tiefer im Dreck. Nach einigen Minuten gab sie auf, doch dann geschah etwas, womit Pavau nicht gerechnet hatte. Sie alarmierte die Polizei. Als die Polizei eintraf, war sie erst einmal baff. Und es war überdeutlich, dass sie noch nie zuvor in einer derartigen Lage gewesen war. Sie wurden sofort von den verärgerten Marktbesuchern überrannt. Sie forderten von der Polizei, eine hohe Geldstrafe gegen Pavau zu verhängen. Einige waren so wütend, dass sie sogar wollten, dass er verhaftet wird. Doch dann sprachen die Polizisten mit Pavau, der ihnen seine Version der Vorkommnisse erklärte. Bald wurde klar, dass hier nicht Pavau, sondern die Besitzer der Autos die Schuldigen waren, denn schließlich hatten sie ohne Erlaubnis auf seinem Land geparkt. Hätten sie rechtliche Schritte eingeleitet, hätten sie sich ein Eigentor geschossen. Aber für den alten Bauern wäre dies eine zusätzliche Rache gewesen. Nun war er sich sicher, dass niemand jemals wieder auf seinem Land parken würde. Und am Ende hatte er sein Ziel erreicht. Er konnte endlich seine Arbeit erledigen. Die Videos von Pavau's Rache wurden zu einem viralen Hit. Menschen auf der ganzen Welt fanden seinen Umgang damit gut. Sie hielten die Rache-Aktion nicht nur für lustig, sondern auch für legitim. Und sie war auch enorm kreativ. Denn seine Lage war keine Standardsituation. Jemand schrieb, dieser Bauer ist nicht mürrisch. Er ist einfach unglaublich klug. Niemand darf einfach so auf dem Land eines anderen parken. Hut ab vor diesem mutigen Mann. Was ist mit dir? Glaubst du, dass der Landwirt gute Arbeit geleistet hat? Oder denkst du, dass eine andere Lösung besser gewesen wäre? Schreib es uns in die Kommentare. Ich bin neugierig. Abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke, damit du keine interessanten Geschichten mehr verpasst. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.